Hallo und willkommen zurück bei Strickstrumpfhosen, eurem Kanal für Strickstrumpfhosen bei YouTube. Ja, willkommen zurück und heute mit einem kurzen Outfit. Ich habe es eigentlich gar nicht so geplant gehabt, aber habe beim Schneiden festgestellt, das, was ich eigentlich schneiden wollte, hat leider nichts gegeben. Da war ich zu blöd, das Mikrofon einzuschalten. Das ist einfach mein heutiges Outfit. Ich hatte heute Morgen schon ein Insta-Bild aus Köln, als ich das anhatte. Und ich wollte es euch kurz zeigen. Das ist das erste Mal, dass ich diese grüne Desiree Baumwoll-Kaschmier-Strumpfhose anhabe. Ich habe noch eine Kinderstrumpfhose drunter, auch eine Flaschengrüne und rote Sneakers dazu, rotes Shirt. Heute mal so ein bisschen Peter Pan Outfit. Ja, das ist auch tatsächlich gleich hier dementsprechend aufgefallen beim, keine Ahnung, Edeka. Irgendwo war ich auf jeden Fall. Und ja, und dann war ich eben noch beim Real, habe mir Welcheständer gekauft und habe, weil ich gesagt habe, ich würde die Farbe von Welcheständer passen zur Farbe der Strumpfhose nehmen, tatsächlich noch 5 Euro Rabatt auf meinen Welcheständer bekommen. Geht also alles. Sparen mit Strumpfhosen. Ja, ansonsten, die Schuhe sind einfach von Decathlon. Die sind doch wirklich zum Laufen gedacht, nicht nur der Optik wegen. Die Desiree Strumpfhose war vom Kaufhof, die hatte ich euch in rot, glaube ich, letztens schon gezeigt. Und Jeans, Shorts dazu, einfach ein Pulli und Casual Outfit fürs Wochenende. Und kann sich im Grunde jeder trauen, ist nichts Besonderes dran. Und ja, macht es einfach, Jungs. Und für die Mädels, ihr müsst euch da nicht trauen, ihr könnt das auch so anziehen. Ja, das war es schon für heute und ich muss gleich noch ein bisschen mehr produzieren, das wieder neu produzieren, was nichts gegeben hat. Und danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Zusehen, bis zum nächsten Mal.